Und damit sage ich herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Red Dead Redemption 2. Mann, ist das hier eine schöne Musik, die ja gerade läuft. So hätte ich damals mal das, ähm, hehehe, ähm, ne, den Jahresrückblick machen sollen. Jahresrückblick gab's ja auch mal Red Dead, wenn ich mich grad nicht täusche. Hatte ich mir aber, glaub ich, in der Ego-Perspektive irgendwo gestellt, aber das Bild, glaub ich, irgendwann immer durchgedreht. Naja, naja, naja. Wir machen auf jeden Fall jetzt weiter. Letztes Mal hatten wir einen ganz schönen Twist, also, wir wurden entführt, kann man sagen, und waren einfach mal ein paar Wochen, nein, nicht ein paar Wochen. Wir waren einfach eine gewisse Zeit eingesperrt von den Odriskels. Und jetzt sind einige Wochen vergangen und wir sind quasi wieder auf den Beinen und, ja, können jetzt eigentlich problemlos weitermachen. Und ich habe ja, ähm, gesagt, dass ich gerne diese Mission erst mal erfüllen möchte. Und das machen wir jetzt auch. Blöd, nur, dass ich hier nicht runterkomme. Hm, naja. Aber hier krieg ich, kommt so runter. Ja, guck mal eine an. Und darf nur erstmal gespeichert werden. Gut, dann legen wir auf jeden Fall die Albert Mason Mission vielleicht endlich mal die letzte seiner Art. Das wäre schön. Und dann, äh, ja, machen wir mit der Build-Mission weiter. Mal gucken, was da auf uns wartet. Mal gucken, ob das dann schon alles ist für die heutige Folge. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich muss ja sagen, ich bin doch, also, ich will natürlich nicht zu viel irgendwie, ne, im Voraus sagen. Aber ich bin, wir sind doch schon weiter in dem Spiel, als ich dachte. Also, in dem Sinne, wir sind ja jetzt schon in Kapitel 3. Und ich glaube, Kapitel 3 neigt sich auch schon so langsam dem Ende. Und dann haben wir ja schon mal die Hälfte, sag ich mal, der Hauptkapitel. Dann haben wir natürlich noch die Epilogen, die auch wieder ganz schön lang dauert. Was eigentlich auch nochmal zwei wirklich eigene Kapitel sind. Also, naja, wir haben drei Achtel des Spiels fast durch. Aber in, gerade mal, wie, wie folgt ist das hier? 24? Ich bin wirklich fest davon ausgegangen, dass wir die 100 Folgen knacken. Locker easy. Tun wir vielleicht auch, aber nur knapp. Dann liegen ja einen Fisch entdeckt. Ich habe schon neulich einen, einen... So nicht. War das einfach ein Hinterhalt? Naja, umso besser. Voll ins Gesicht, aber auch, ey. Ah, ja. Mäste, was dabei gehabt. Das wäre halt für einen Dollar. Du hast eine Züttel, die du brauchst, um einen Bisonhorn-Tadesmann herzustellen. Aha. Das ist ja schön. Ich hab gar keine Kopfdeckung mehr, fällt mir gerade mal auf. Äh, wo war denn das? Ah, hier. Oh. Sehr schön. Ne, aber schön, dass es ein Hinterhalt war, weil, naja, dadurch hab ich jetzt ein bisschen... Hab ich keine Zeit verloren. Fand ich ein bisschen witzig gerade. Alles für das positive Gaber. Oh, jeden Menschen grüßen. Ne, ich hab schon einige verpasst. Papa. Der wird erzählt oder so. Oh. Äh, der ist wahrscheinlich da oben, ne? Das heißt, drehen wir kurz wieder um. Da ist er ja. Wie kann das sein, dass wir ihm immer wieder zufällig begegnen? Weil wir haben ja eigentlich ja keine Map. Wie kann das sein, dass wir uns nicht mehr zufällig begegnen? Mr. Mason? Oh, 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 oh. Mr. Morgan? I'd be some poor creature's bad meal by now, many times over, but for you. Oh, it's my pleasure. Please, step away from the cliff edge. I'm trying to get an eagle there, there. Yeah, they're beautiful, but unlike you, they can fly. Too true. You really must think I'm a buffoon, don't you? You think I'm such a dimwit, I'd just slip off the edge of a cliff. No, but, well, maybe a little. Please, sir. I'm dense, but not that dense. This area is quite safe. Quite, quite. Oh, oh, oh. Damn! You were right. I am that much of a buffoon. Give me a hand, please. Put me out of my misery. Come here. Oh, 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 oh. Thank you. You know what? Bugger the eagles, I'm going home. Das war jetzt wirklich einfach nur nochmal so ne, so ne Abschluss, so ein Abschluss-Dialog quasi. Schön, soll ich jetzt mal runterfallen hier? Wäre doch witzig. Schön, schön, da haut er ab, da reitet er weg. Oh man, weißt du, so fotografiert Krokodile und Wölfe und alles mögliche. Nichts passiert. Bei der Adlerfotografie, da verreckt er fast. Da war es wirklich nur haarscharf. Schon lustig eigentlich. So und dafür bin ich jetzt extra hierher geritten. Man, man, man. Aber hey, wir haben jetzt ein Nebenbissons Pfad auf jeden Fall abgeschlossen. Komplett. Das gefällt mir. Die Map, die Map, die Map. Hier unten gibt es auf jeden Fall noch Map, ne. Hier kommt ja noch Red Dead Ramp 1. Was ungefähr vielleicht so groß ist, würde ich sagen. Keine Ahnung. Hier oben gibt es glaube ich noch ein bisschen was. Ansonsten haben wir eigentlich auch hier, ne. Also hier. Das L quasi fehlt noch. Aber sonst haben wir glaube ich schon fast die komplette Map aufgedeckt, ne. So nach hier hin geht es glaube ich nicht groß weiter. Ja, guck mal hier. Hier hört es nämlich schon auf. Buff. Also hier ist nicht mehr viel. Bio Valley. Ne, Big Valley, ne. Bio Valley wäre schön. Da würde ich hingehen. Okay. Bill. Na komm, reiten wir da hin. Oh, guck mal da ist er. Ich mag das immer noch mal mit ihm reden kann. Ja, vielleicht hat er ja irgendwann was. Ich weiß es nicht. Um ehrlich zu sein. Sehr schön. Genau hier war hier in Saint Denis. Diese eine. Das eine Haus, was da, ne. Das wir gespendet haben. Wo ja unser Name dran stehen soll jetzt. An der Gedenktafel. Das will ich auf jeden Fall sehen. Ich hoffe das sieht man. So eine einzelne Mission, die wir da jetzt noch haben. Es könnte tatsächlich sein, dass wir jetzt umziehen. Aber ich weiß es nicht. Oder zumindest Vorbereitungen treffen. Hey, Mister. Denn das wird auf jeden Fall irgendwann passieren. Hm, hm, hm. Und ist ja dann glaube ich auch schon das letzte. Lager tatsächlich. Weil dann, naja Kapitel. Ja, ne. Wir sind gerade in Kapitel 3. Kapitel 4 ist dann das nächste Lager. Kapitel 5 ist was ganz anderes. Das wird ganz so wild noch. Da, da, da freue ich mich drauf. Gernenspiel zu wissen vielleicht noch Bescheid. Kapitel 6 weiß ich gar nicht mehr. Wahrscheinlich sind wir dann da wieder. Wieder in dem alten Lager. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Aber ich gehe von aus. Oder Kapitel 6 ist einfach wirklich nur so ein Finishing Kapitel. Wo dann wirklich nicht mehr viel passiert. Einfach nur so ein paar Missionen, die dann so hintereinander kommen. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich weiß natürlich was da am Ende passiert. Aber nicht mehr genau. Wo da die Kapitel Unterteilung ist. Das kann man mir nicht verüben, denke ich. Aber ja, ich freue mich. Hoff. Hoff alles. Mir macht sehr viel Spaß. Es ist mir überhaupt nicht so leicht, wenn wir hier die langen Reite Passagen haben. Ach ja, da fällt mir gerade ein, ne. Ich wollte noch Updates geben. Bezüglich Asterix. So. Oh, das ist ja noch einer. Oh, Dritzkills lasse ich nicht mehr am Leben. Gehts gut? Oh. Cool. Ja gut, Munition ist nicht so spannend. Das ist nur Munition. Was ist das denn? Oh, der Typ da oben. Reiten die einfach für Dosen Gemüse durch die Gegend oder was? Ist das ja bescheuert. Da krieg ich vielleicht mal 100 Dollar oder so da raus. So fett. Geil. Und dann krieg ich Dosen Gemüse. Toll. Fantastisch. Naja. Asterix Updates fallen mir gerade so ein. Hab ich den letzten Part vergessen, ne. Es ist jetzt schon länger her. Ich hab Platin geschafft. Also... Ja, ich hab dann... Was war denn der letzte Stand? Ich hab's dann auf jeden Fall neu installiert. Hat dann geklappt. Hab die 1000 Römer gebashed. Ich glaube, ich hab dann schon erzählt, dass ich dann dieses Problem hatte, dass ich halt die 200 Römer danach nicht geschafft hab, ne. Und das Spiel dann halt so hart rumgeruckert hat und ich das neu starten musste und dann die 1000 Römer nochmal neu besiegen musste. Ähm... Ja, ich hab einfach jetzt nochmal einen Versuch gestartet vor... Das ist ja leider auch schon wieder einige Tage, ja. Hab's dann tatsächlich geschafft und hab dann dank des Glitches erfolgreich das Spiel abschließen können und die Platin-Trophäe einheim zu können. War sehr schön. Jetzt spielt tatsächlich XSL 2 nochmal. Weil ich hab die PS4-Version ja schon seit längerem. Hab ich mir ja damals mal geholt mit dem Hintergedanken, dass ich das vielleicht mal mit Andi zusammenspiele. Aber der hatte immer keinen Bock. Und deswegen denk ich mir jetzt so... Puh, dann spiel ich es halt alleine nochmal. Weil es ist so eine Easy Platin-Trophäe, die... Leck ich mir mal eben. Hab gestern einfach schon die Hälfte durchgespielt von dem Spiel. Hab gestern angefangen. Nachher wahrscheinlich hier fertig bin. Na ja, nicht durch. Aber zumindest weiter. Wird super. Ja, soviel dazu. Mein Controller spackt auch nicht mehr ab, tatsächlich. Ich bin begeistert. Worum er es auf einmal nicht mehr tut, weiß ich nicht. Aber er tut es auf jeden Fall nicht mehr. Zumindest die letzten Tage nicht. Welcome to Rhodes. Okay, dann sind wir jetzt auch schon da. Bill. Warum laufe ich eigentlich so gebückt? Weil ich so im Arsch bin. Ich kann ja mal... Warte mal. Hier, ähm... Ich will mir eigentlich mal weiter reinpfeifen. Äh... Wo ist das? Gute Fleisch. Ah. Guck mal. Jetzt kommen wir wieder aufrecht. Aha! Sind wir vielleicht nicht mehr untergewichtig. Ich weiß es nicht. Moin Jungs. Ich glaube automatisch. Ich glaube automatisch. Wir sagen, wir müssen immer weiter mit ihnen weitergehen, bis wir finden diese Gold. Können wir sie glauben? Können wir sie glauben? Können wir sie glauben? Ja. Wir schauen uns einfach was sie sagen. Sie sagten, dass es ein... ...missverständnis über sie Horses war. Und was sind sie in ihren Fels? Sie wissen, dass wir nichts mit dem tun haben. Ah, das so? Ja. Sie denken, dass es die Breithwaite war. Ich weiß nicht, dass sie die Breithwaite war. Das ist auf dem Level. Wir sind im Mittwoch eines älteren Feuts. Aber insofern spielen wir beide... Apropos Scheiße. Sie sagten, dass Catherine Breithwaite war... Hey, warte! Das fühlt sich nicht richtig. Jetzt fühlt sich nicht richtig? Ich könnte dir... S***! 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 Oh, Ficken! S***! Warte mal... Habe ich auch... Ach doch das Land está свery, wie auch immer das ausspricht. Forchester Sose oder so. S***! Steady? Ich bin so steals! Natur ist nicht so infine leider. S***! Hine an die? Natürlich Club ist dead! In Roades wieder ganz viele Probleme! Du weißt genau was das heißt! umziehen ich habe nicht auf die untertitel so geachtet falls da wer geschrien hat denke schon oder irgendwelche limois die wir uns gesehen haben den haben wir uns ja nun auch ein bisschen angelegt zumindest gell ich weiß da links steht auch noch einer ich glaube ist nicht gut was hier passiert jesus christ scheiße okay damit habe ich nicht gerechnet um gehen wir denn da was schaut würde ich sagen hier in mein safe point beim kurzformen eingehen müssen glaube ich voll das gewicht abrätselt Jetzt sollte ich lieber da auf wechseln im Nahkampf, ich glaube es geht ein bisschen besser. Achso, der Mike ja. Was soll das denn heißen? Ich fahr halt noch nicht so weit über deine Boards. Boah, die wär so geil, ne? Wenn ich damit treffen würde. Jeder braucht Hobbys. Dead body shitten ist eine Option. Ja, das ist wirklich nicht schlecht. Nee, Kumpel, du bleibst nur schön da. Es ist einfach nur, wer der die Eingreifer hat. Oh, ich glaube der kommt hier reingerannt. Spoiler Bill ist nicht tot. Der kommt in Teil 1 vor. Äh... So, das war ein Hinterhalt von dem Sheriff. Ich hab's nicht so ganz verstanden tatsächlich. Ich hab's nicht so schlecht. Ich hab's nicht so schlecht. Ein Jahrzehnt. Das ist die Greys. Sie haben immer schon. Sie haben immer schon. Sie haben immer schon. Die nur Greys, die ich hier sehen, ist, dass du. Sie wollen wir rauskommen? Wir kommen rauskommen. Shit. Oh, Bill. Die Gäste sind auf dem Grund. Beide! Mach's nicht! Du weißt, wir können das nicht tun. Du legst die Gäste runter, Chef! Ich blöde seinen Gehirn raus! Willst du deinen kleinen Freund da sein, oder? Either way. Du bist ein totes Mann. Morgan? Du? Wo ging der Schuss denn hin? Was war das denn? Warte, ich bin der schlechteste Dead-Eyed-Zieler der Welt. Bam, 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 bam. Shit! RIP Sheriff Gray. Und RIP Sean! Ich bin der Schuss, der Gäste ist. Und auf der Schuss. Die Schuss! Wie war das? Ich bin der Schuss. Sie haben uns mitgegenert. Sie haben uns gemacht. Sie haben uns zusammengebracht. Ich bin der Schuss! Echt auf ihn, Morgan! Er war einfach, mit einem Lied, wie du, wie du, wie du. Wie du. Wie du. Alles, was du. 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 Oh, you act so high and mighty, but you're no better than the rest of us. I've ridden with you boys close on what, six months now? And all you ever done was complain. You can fight, but you can't think. You can't do either. Okay, cowpoke. Bill, take the boys' body. Very improper someplace, quiet. Micah, best you and I don't speak for a moment. I'm just so frightened by you. Get out of my sight, pair of fools. Hmm. He was like an annoying little brother to me. What fun we had riding together. What a goddamn mess we're making of things. Hmm. Okay. Moment. Was wir tun können? Tut über Bills Rettung 3 gesetzt, tut er mit der da. Mit Handfeuerwaffen. Bläh. RIP ON. Kann man ihn irgendwo sehen. Es ist nämlich, ähm, so, dass man tatsächlich auch die Gräber finden kann. Oder das Grab. Und vielleicht auch noch von ein oder anderen Person. What the fuck. Von der ein oder anderen Person später. Ich will nicht so viel verraten. Ja, das gibt aber ein Profet dafür. Suche alle Gräber deiner Mitstreiter oder so. Die ich nicht habe. Das wäre so eine Idee, das vielleicht am Ende mal zu tun. Einfach mal alle Gräber zu suchen. Einfach mal mit einer Internet-Guide natürlich. Geht wohl auch erst am Ende des Spiels. Na gut. Äh, wir haben glaube ich noch Zeit für eine Mission. Von daher machen wir das auch. Wir sind auch, okay, wir sind auch ganz in der Nähe. Mal kein Navi setzen. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt umziehen. Und das Kapitel damit. Dem Ende zuführen. Einführen. Hm. Ja. Ne? Da kann ich nicht viel zu sagen noch. Außer, ich bin erschüttert. Über den Tod. Von Sir. John. Okay, er hat schon Großversammlungen angesagt. Arthur, hast du gesehen, Jack? Oh. Wo ist mein Gott, dein Vater? Wo ist er? Wo ist mein Vater? Wo ist mein Vater? Sie haben ihn, nicht. Sie haben ihn, sie haben mein Vater? Wer hat ihn? Wir denken, die Braithwaite-Women haben ihn genommen. Aber Kieran hat gesehen, dass ein paar Kollegen so wie Braithwaite-Women sind. Wo ist mein Sohn? Wo ist mein Sohn, Dutch Van der Leyen? Wir finden ihn, wir bringen ihn zurück zu dir, und wir werden die Verrückte, die eine Temerität hat, um einen Haar auf dem Sohn zu bewegen. Abigail, du hast meine Worte. Geh mir zurück, mein Sohn! Ich werde diesen Sohn zurück, also helfe mir Gott. Jetzt! Dutch! We just heard about Jack. You need some extra guns? Yeah, why not? Micah, Kieran, anyone strange turns up, you kill him! Rest of you, let's ride! Hey, let's go get that boy back! Alter, das ist ja geil, wie viele wir gerade sind. Einfach eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute, glaube ich, ne? Ne, acht sogar. Ei, ei, ei. Ja, ja, wir wurden gerade in Höhe von den Greys in der Stadt gebrochen. Ich weiß, ich habe gehört über Sean, auch. Ich will nicht mehr über das jetzt denken, wir müssen uns auf Jacken fokussieren. Wir müssen auf Jacken fokussieren. Ja, wir müssen uns auf Jacken fokussieren. Ich weiß nicht, aber wir müssen ihn zurückkommen, und sie werden bezahlen. Ich versuche dir das. Was ist das Gold? Wer macht die Gold? Wer macht die Gold? Achoo! Schade, ich liebe es zu dir, aber ich glaube nicht, dass es kein Gold gibt. Und wenn es es gibt, dann ist es irgendwo, niemand weiß. Was? Ich versuche jede Goldein. Für Christ's sake, Hosea. Nachdem all das, eine perfekte Schade. Wir haben sie verraten. Nein, sie haben uns verraten. Enough sprechen. Kein Problem. Kein Problem, wie wir hier sind. Das ist woher wir sind. Und wir werden es verraten. Also, komm mal! Okay. Ah, das ist cool gerade. Ah, genau! Das ist nämlich die Szene, die ich im Kopf hatte. Wie man so auf dieses... Ja, oh Gott. Wie man auf das Anwesen zureitet. So. Im großen Stil. Geil. Geil, geil, geil. Das ist schon cool gemacht, ne? Dödödödöd. Die Bedrohung. Wie sind die Bedrohung. Wie sind die Gefahr. Oh, ein bisschen zu lang der Weg. Das... All right, everyone. This mountain, come to me. We'll go in on foot from here. First Sean. Now Jack. We should have stayed out of all of this. Come on. Let's get this done. John. You sure you're okay? Like I said, I'm fine. Follow my lead. Both these redneck families think they can ruin us? I don't think so. There they are. Who steals a goddamn boy? All right. I'm gonna let fly at those sons of bitches. John. I need you to stay calm. Get down here now! You inbred trash! What the hell do you want? Easy, John. We've come for the boy. You must have known we would. Shouldn't have messed with our business now, should you? Whatever complaint you have with us, alleged or otherwise, that is a young boy. That is not the way you do things. Hand him over. Get the hell off our land! If you ain't gonna be civilized about this. Oh fuck. Mählt sich gut. Haha. I can't move here. I can't move here. I can't move here. I can't move here. I'm sure the right one. I'm gonna get the right one. I'm gonna get the right one. Get him better. Get him better. God damn it. John. Charles landing on fire on the right. Let's go. You're all the best. Einer nach dem andern. Arthur, John, Hosea with me. The rest of you watch out here for any other arrivals. Hehehe. Hehehe. Wenn ich einen gestürmt kam, mochte ich. Get in there! Find Jack! And find that bright white woman! Jack! Jack! Are you in here? Can you hear me? Okay, vorsichtig vorgehen. Ich möchte einfach nur hier lang, bitte. Aber das Spiel lässt mich nicht. Okay. Got that. Jack! Geh zu. Will ich verarschen? Jack! Oh shit! Ich bin schneller als mein Schattenkollege. Arthur! Get up here and give us a hand! Barricaded! Hallo John! Ich hab mich kurz erschrocken. Aber da hab ich gesehen, wie dreckig und das Haus da aussieht. Da wusste ich, der gehört zu uns. Was? Ich will gern per Zack da schneller gehen. John! Arthur! We'll hold it down here! We got more coming in! Arthur! Get out there! We got this door covered! Okay, man! Die Musik, ey! Die E-Gitarre! Das gab's damals noch gar nicht. 1900. Ach, der ist schon tot. Okay. Ich dachte, der will ja nicht anvisieren. Die Naht liegt grad'n bisschen. Ah! Sehr ungünstiger im Moment gerade. Ah! Oh! Halt, Charles! Aber dir passiert nichts. Ich will es nicht anvisieren! Da-da-da-da! Da-da-da! Ich bin ja, da-da-da! Let's run in! I'm gonna get ready in that room! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 4 2, 4 Also ich würde die Bude jetzt nicht einfach so abfackeln, um ehrlich zu sein. Eieiei. Oh, put me down! You dumb Yankee! Oh, here you go! I never liked you. Why'd you take the boy, Mrs. Braithwaite? You stole my liquor! Boys are off limits! You stole my horses! Ain't no rules in war, mister! Matthews. Yes, yes, that's it. Where's the boy? My sons gave him to Angelo Bronte. So my guess is Saint-Denis. Either there, or on my boat to Italy. Let's go! Arthur, come on! What are we doing with her? Leave her. I told you she was crazy. Boah, dieses Spiel hat so krass als Cinematographie. Und es ist ein Videospiel. Aber es ist in-game. Es ist in-engine. Es ist wahnsinnig. Okay. Tja, dann haben wir wohl einen Auftrag wie Rambo 2. It's gonna work out, John. It's gonna work out. Listen to Dutch. Now, I don't expect you to understand this, but I have never been more proud of you than I am right now, brother. You're doing the right thing. If I don't get that boy back safe, I'm... She... She'll kill us all. I know, but looking at this logically, well, that boy is fine. They took him to scare us. Nobody takes a boy to harm him. He's right, John. What do you think, Arthur? The boy will be fine, but of course Marston's scared rotten. We killed all those people. We stirred up all that trouble. For nothing. No. No. Not for nothing. For living. Now, we get that boy back, and we go. Trust me. Hey, Dutch! We got a problem. Not a problem. Visitors. A solution. Good day, fine people. Mr. Vanderlind. Mr. Matthews, I presume. And who are you? Rip Van Winkle. Huh. Good day, sir. Agent Milton, Pinkerton Detective Agency. Agent Ross. Ah, Mr. Morgan. Nice to see you again. And to what do we owe the pleasure, Agent Moron? I don't know if you're aware, but this... this is a civilized land now. We didn't kill all them savages only to allow the likes of you to act like human dignity, and basic decency was outmoded or not yet invented. This thing... it's done. This place... ain't no such thing as civilized. It's man. So in love with greed, he has forgotten himself and found only appetites. And as a consequence that lets you take what you please, kill whom you please, and hang the rest of us? Who made you the messiah to these lost souls you've led so horribly astray? I'm nothing but a seeker, Mr. Milton. You ain't much of anything more than a killer, Mr. Vanderlinde. But I came to make a deal. It's time. You come with me, and I give the rest of you three days to run off, disappear, and go and live like human beings someplace else. You came for me? Risk life and limb in this den of lowlifes and murderers so that they might live and love? Well, ain't that fine. I don't want to kill all these folk, Dutch. Just you. In that case, it would be my honor to join you. Excuse me, friends. I have an appointment to keep with. I think your new friend should leave now, Dutch. You're making a big mistake. All of you. Yeah. Dreadful. We have got something. Something to live and die for. How awful for us. Mr. Milton, stop following us. We'll be gone soon. I'm afraid I can't. And when I return, I'll be with 50 men. All of you will die. Run away from this place, you fools. Run! Come on. Get your damn hands off of me, boy. What now? We get out of here. And quick. Any ideas? I know a big old house hidden in the swamps outside Saint Denis. I'm sure they'll find us eventually, but it should buy us a few days. A few days? This is all we need. This is a spot out by Shady Bell. Lenny and I got into that dispute with the previous occupiers. Place is well hidden. You and Arthur. Ride out to make sure no one else is moved in. Lenny, you go follow those fools out of here. Make sure that they leave. And John, we'll get Jack back and we'll get going. Rest of you, get packing! Come on, John. This is a place. Hmm. Ich hab ja gesagt, das hat noch einen Sinn, dieses Haus, was wir da, ähm, ausgekundschaftet haben. Bereite noch Shady Bell. Ja, ich werd jetzt vielleicht jetzt einfach mal ganz frech, ähm, ähm, äh, die Folge, äh, jetzt muss ich einfach mal wieder hier, ne? Na doch, hier haben wir nicht ein Navi. Oh, schöne Musik. Ich werd jetzt vielleicht nicht noch alles machen, beziehungsweise, naja, wahrscheinlich ist jetzt wirklich nur dieser Umzug, das geht wahrscheinlich schnell. Wir werden. Wir müssen alle erstmals bevor der Milder mit einem Armut Wir haben keine Worte, Jack in Jail. Oder am Ende einer Rope. Ich weiß nicht, was mehr zu denken. Wir müssen nur unseren cool halten. Sei smart über das. Smart? Bist du schockert? Wir machen zu viel noise once wieder. Wir drehen direkt zu uns. Ich meine, wie viele Menschen wir in den letzten paar Wochen? Far zu viele. Das Dutch spielt seine Spiel. Hosea auch. Wir sind involviert mit diesen beiden Familien. Menschen Kahn arbeiten ihre magie. Sie wussten , es viel Geld. Ja, sie wussten , es Geld. Es nicht immer. always look I don't know what to tell you things don't always work out that ain't nothing new Jack's gone we lost Sean Mac Davy Jenny and for what we can't change what's done we can only move on but one day we need to start learning from our mistakes come on it ain't all bad we've had a rocky run we'll be okay we'll get through Dutch will fix it Dutch will come up with a big plan right now every plan gets us into worse trouble we're getting further from where we're meant to be going now you can't put all this on Dutch you're worked up rightly so don't get too far in your head with all this you'll never get out all right should be just down this path to the left here hold on a second da ist es richtig god damn mess that poor kid we chose this life he didn't that's it up ahead four walls in the roof we're moving up in the world you ain't seen inside it yet come on soon we get this done the better you sure this place is empty I I ain't sure or nothing all right let's leave the horses here take a look oh shit it's them again boys get me na toll jetzt muss ich hier doch noch aufrollen das ist jetzt unser Haus das muss wirklich auch aussehen ey ist ja gerade erst schielen hier einfach blöd sie kommen hier einfach ran und säubern hier alles so der Raum ist gecleared so der Raum ist gecleared ich wusste genau dass es passieren wird ei 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 okay du bist der Endboss ich merke schon okay eigentlich war es der vorletzte aber macht ja nichts oh ich glaube ich weiß was jetzt kommt was wir jetzt machen müssen und nee alter ja wir müssen die leichen rausschaffen das ist voll der zogenbrecher ich kann das gar nicht aussprechen ähm ja gut meinetwegen auch so okay I can deal with the rest of the bodies you gonna meet up with the caravan guide the men oder eine weitere leiche aus dem Haus als ob ich nicht zwei tragen kann ach so oben hier alle oben bäh na komm Mensch können wir uns mal um den Kollegen schnüschu hier hä ja warum ist er auf dem Bett gefallen lebte er noch kurz hm 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 jetzt tatsächlich alle rausheben müssen. Es kann halt gut sein, dass es gleich am Rad gekürzt wird. Ah, das ist schon hardcore lame gerade. Also in echt wäre ich das nicht so lame. Da wäre ich viel zu... Das fand ich die beste Idee. Naja. Das war's. Was ist denn jetzt noch? Man, ich will die Folge beenden. Hm. To take a look at this eighth wonder of the civilized world, Sandinie, I keep hearing about. According to the map, the road up this way should lead us right in there. Das ist ja. Hey. I guess this day ain't over yet. Not quite. Good work back there, Arthur. Everything went okay? Few loose ends. Nothing major. And John? About what you'd expect. He's taking it hard. We are going to get that boy back. Whatever it takes. I need you to start asking around in the city for Bronte. Subtly, of course. Public places. Maybe start with the saloons. Anyone who can put us in contact with him. Of course. And what about the Pinkertons? I'm fairly sure nobody followed us. We moved out fast. We should be safe for a few days here. And then? I think we need to move a little further. Put some ocean between us and all of this. The mess with those two families. Blues and Sean. I see things differently now. For a long time, I truly believed a paradise lay somewhere in the west for us. But I just don't know anymore. So we're leaving the country now? Maybe. I'm still thinking about it. Whatever we do, we'll need more money. In any case, we have more pressing matters to attend to first. Saint-Denis. Tatsächlich war ich hier schon mal. Okay, there she is. A real city. The future. Big cities. They're always repellent. Exactly. I'll find you in there. Go see what you can figure out. Yes. Kapitel 4. Ha, Denny. Oder? Saint-Denis. Okay. Was ein Bild, um das Kapitel zu starten. Ja. Saint-Denis. Die erste Stadt des Westens oder so. Ich hab keine Ahnung. Ähm. Ja. Schon interessant. Die Folge ist eigentlich schon lange genug. Ich will jetzt beenden, aber ich mag einfach so, ich liebe einfach so diese Thematik, wenn das in Western kommt, so dieses Natur gegen halt Zivilisation, ne, gegen, äh, langsame Aufkommen von Stadt, von Urbanisierung und so weiter. Und auch das ist halt ein Thema in dem Spiel. Es ist auch geil, wie Ratchet Redemption eigentlich so alle Themen, die es so in Western gibt, abdeckt. Es ist irgendwie Spaghetti Western, es ist Spät Western, es ist, ne, dieser Konflikt zwischen Natur und Stadt, es ist alte Revolverhelden, die nochmal, ja, nochmal raus müssen. So in etwa, es ist ein Abgesang, es ist aber auch ein bisschen Mythos, es ist alles, ich liebe alles. Auch das Thema von, äh, ne, Eingeborenen wird noch, da wird tatsächlich noch thematisiert. So viel möchte ich schon mal spoilern, in Anführungszeichen. Auch das wird noch ein Thema sein. Ich glaube sogar dann in dem Kapitel hier auch noch. Ah, das ist so schön, das ist so schön. Ich freue mich. Aber gut, dann beende ich jetzt erstmal die Folge. Wir sind jetzt in Kapitel 4 angelangt und ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Wir werden uns umschauen. Wir haben hier auf jeden Fall 3 BR-Missionen. Was bedeutet denn das? Einfach nur, achso ja, stimmt, Ante de Bronte. Naja, darum kümmern wir uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Von daher, danke für's Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.